Radio Bob. Rockmusik für Kinder. Heute stelle ich euch eine Band vor, die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Und ihre erste Schallplatte verkaufte sich über 35 Millionen Mal. Man könnte also ihre Platten hintereinander legen und dann von Deutschland bis nach Südafrika spazieren gehen. Das sind so viele Platten, als hätte jeder Pole zu Hause so eine Platte. Ein Song auf diesem Album heißt Welcome to the Jungle. Auch ihre anderen Sachen stehen bei vielen Leuten zu Hause im Schrank, vielleicht sogar bei euren Eltern. Die haben so richtig harte Musik gemacht und sich immer ganz übel benommen und das fanden die Leute gut. Und als sie dann so richtig erfolgreich waren, haben die sich alle gestritten, richtig doof waren die zueinander und dann haben die sich getrennt. Nur der Sänger, der Axel, der hat weitergemacht und der ist dann ganz dick geworden. Aber seit ein paar Jahren haben die sich wieder vertragen und gehen wieder zusammen auf Tour und geben Konzerte. Die Band nennt sich Guns and Roses. Die Band nennt sich Guns and Roses.